Der Grund wäre zum Beispiel... Wir hätten ja auch gleich ihre Falle. Wusste ich's doch. Tja, was machst du, wenn ich Steady Flash habe? Oh, jetzt habe ich mich erwischt. Scheint, also für Minus kriegst du mich nicht. Jetzt ist mein Mana alle. Nice. Mein Mana ist alle. Dann gehe ich mal kurz back. Wieder. Ich ist backgegier. Ist eigentlich ganz cool, weil dann kann ich mir ständig... Ich habe keine Ahnung, aber es war gut. Keine Ahnung, wie ich die gerade noch gekillt habe, aber es war sehr gut. Jetzt gehe ich back, dann ist das... Dann hole ich mir... Ja... Ja... Und wenn der da stehen bleibt... Kann ich sogar ganz wenigstens bei der Top helfen. Nice help, Jinx, ja. Ich bin in Base. Ich bin in Base. Soll ich denen helfen, wenn ich in Base gehe, weil ich Mana brauche? Hallo? Nachdenken... Ich brauche mir wirklich keine neue Waffe. Dann mach ich mal viel Hug... Ich brauche jetzt eine neue Waffe. Ich brauche jetzt eine neue Waffe. Komm schon, greife ihn an. Ich trage viele Gürtel. das war nicht gut ist nicht aufzuhalten das war gar nicht gut das war mega schlecht alter mist das habe ich damit sagen wir nicht gerechnet dass die mich denken während ich denke man geht ich glaube das ist übrigens eine ulti ich bin mir nicht ganz sicher beide kommen kommen weiter weiter war mit schaden gemacht spielt ihr auf alle war ab hier habe ich glaube man solche leute auch vielleicht auch auf ad spielen kann würde auch gehen als problem an der sache ist halt hallo du wirst du das bitte lassen was soll damit ist 340 342 ich bin besser form ich bin besser bringt aber nicht viel wie ich sterbe ich wollte nur kurz vor augen halten damit ich mir denke okay ich bin gar nicht so schlecht im nächsten moment denken so unten dann doch eigentlich schon ja los dann und dann kommt ich habe meine ulti nicht ich habe meine ulti nicht ich habe meine ulti nicht renn weiter weg kommen renn weiter weg oder kommt ja von oben aber das macht nichts weil ich gleich runter kommen böser fehler ich hätte noch gekürt was das ist ja auch die zünden hat nicht für sinn gemacht weil da ja gut ist natürlich besser als ich ja drei vier zwei das ist durchaus bewusst ich hätte mehr fahren als ich jetzt gern neben gleich war vielleicht nicht so gut dass ich die boten verlassen haben zwischenzeitlich mit jacks aber ppy balber ich glaube ich bin nur mir Trol hey du glaubst ich bin verrückt du lawaar ich mag sein ich mag sein du glaubst du glaubst ich sei verrückt noch einfach ich mag es immer ich mag es nie du glaubst ich bin verrückt duковse ich mag sie Der rennt aber auch immer alleine los, gell? Ach, komm schon, was soll schon schief gehen? Ah, der Dresch hat eure Kühle, das ist klar. Der rennt jedes Mal alleine los. Do you believe in me? Äh, ja, ja, was auch immer du sagst. Okay. Komm her, fahren. Wer mag fahren, ich mag fahren. Da 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 da. Fahren, fahren, wo ist das Leben? Farmt ihr das Leben? Ich fahr mir das Leben schön, Leben schön, Leben schön. Oh mein Gott. Ich kann mir da draußen nicht helfen, wenn ich da jetzt raus... Oh, 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 oh. Genau das habe ich mir überlegt. Ja, das war so klar, das war so dumm, aber na gut, wenn sie wollen, dass ich da reingehe, ne, dann geht man natürlich selbstverständlich rein, um die Leute zu zeigen, dass es dumme Idee war. So. Ein Verbündeter wurde getötet. Wir haben 13, 23 gefeedet mittlerweile, obwohl sie unsere Läder nicht ganz gut anfingen, das ist natürlich super, die Jinx ist jetzt natürlich weit vor mir, gut, Farm habe ich noch mehr, weil ich meine W-Zum-Farm nutze. Warte. Vielleicht kann der Farm das entscheiden, ich bin mal los und Farm weiter, vielleicht kann der Farm das am Ende noch entscheiden. Und den Seligstich, die Stich hat sie glaube ich noch nicht. Nein, nicht aufgeben, wir sind uns Play-Freunde, wir sind uns Play-Freunde. Oh mein Gott, komm her. Oh mein Gott, komm her. Das ist dir das, Leute. Ist echt gut, ist gerade. checks level 9 ja also wie gesagt das ist das problem und kein support sondern einen zweiten eddie karriere auf der linie hat er sei natürlich erst so nicht das war der erste tod ist der die sterben nein unterlich voll daneben oh im thank you riot verstehe ich nicht komm ruhig her ich habe genug für alle genug für alle sag ich doch stirb-stirb-stirb-stirb durch meine hand fast jetzt gehe ich aber back ich will nicht so blöden rennen da rein vielleicht bin ich es aber doch Oh, lasst mich doch nicht vorne, Leute, Leute, Leute. Oh, wie ich sowas hasse, wenn der Tank dann nach Hipsen rennt da auf einmal. Die kann ich ja wohl verkaufen jetzt. Und ich glaube, dann kann ich mir erstmal die Schuhe holen. Dann kann ich mir eventuell hier noch was holen, den kann ich nicht. Oh, wird das ein Kill, wird das ein Kill, wird das ein Kill? Jep, dadurch ist ein Kill. Ah, da stimmt es auch. Und wenn es doch nicht meine Hand ist. Stimmt. Jai, 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 jai. Sehr nice. Okay, ja, das mit dem Dings war allerhöchste Sekunde. Jetzt wollte ich gerade jumpen. Noob Team Yasuo 131, really? Yasuo. Ach, 131, ach so. Als Maul, alle im Team sind schlecht. Okay. Schön, wenn er so einsieht, dass er selbst auch schlecht ist. Mal schauen hier, ich dachte, die werden ein bisschen weit gesprungen kommen. Oh, da hinten kommt sie aus dem Ball oder ist da. Lass mich wieder landenlaufen, oder was wird das jetzt noch? So, okay. Ah, jetzt ist Jann, was soll ich sagen? Die kommen da nicht hoch, Leute. Merkt ihr es? Also im Moment zumindest nicht. Wir splitten uns jetzt total auf und dann am Ende. Jupp, das ist wieder so ein typisches Spiel. Ich hab eine Ulti verraistet. Oh, ich hab mich schon gefragt, was das war. Nein, kann er aufgeben. Oh, doch, Alwin aufgeben. Gut, okay. Das war erstmal wieder ein verlorenes Spiel mit Jinx. Das war meine Schuld mit. Ich hab die Bot verlassen, dann wäre es vielleicht nicht so geendet. Ansonsten, ähm, ja. Trotzdem spiel das Spiel. Man kann mal gewinnen, mal verlieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr auch welche Gems habt, dann schreibt es direkt in die Infobox. Äh, wenn ihr irgendwas anderes wissen wollt, wie es zum Beispiel mit einer anderen Space aussieht, den Stand, dann schreibt es. Wenn ihr wissen, schreibt auch rein, was ihr zuerst haben wollt. Das Minecraft oder das andere, weil es muss beides nachgestellt werden. Also, bis zum nächsten Mal. Und adios. Tschüss. Glaubenss haste. Vielen Dank.